Berichten zufolge versucht König Charles schon seit einiger Zeit, Prinz Andrew aus der Royal Lodge zu vertreiben, doch der Herzog von York unterzeichnete einen Pachtvertrag über 75 Jahre. König Charles versucht Berichten zufolge, Prinz Andrew aus der Royal Lodge zu vertreiben und sie Königin Camilla zu schenken, während der Streit der königlichen Brüder um das Anwesen weitergeht. Laut dem königlichen Kommentator Kinsey Schofield könnte der Herzog von York bis zum Jahresende hinausgeworfen werden, insbesondere da Charles ihm seine Sicherheitskräfte abgezogen hat. Auf DOG TV sagte sie, der König denkt langfristig und möchte dieses Anwesen, indem er so viel Zeit mit der Königin Mutter verbracht hat, vielleicht Königin Camilla überlassen, falls das Schlimmste passiert. Er möchte einen Platz für sie in einem privaten Bereich haben, der nah genug an der Familie ist und nah genug an einem Ort, an dem sie sich sicher und vertraut fühlen kann. Andrew zog 2003 mit seinen Töchtern Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenia in dieses 31-Zimmer-Anwesen, für das er einen 75-jährigen Pachtvertrag mit einer jährlichen Miete von 260.000 Pfund hat. Sarah Ferguson, seine hingebungsvolle Ex-Frau, zog 2008 zu ihm. Frau Schofield behauptete weiter, dass Prinz Andrew im Moment eine Verschwendung von Ressourcen ist und dass der König argumentieren werde, dass Andrew gemäß dem 75-jährigen Pachtvertrag die Instandhaltung des Anwesens nicht in Ordnung hält und daher vertrieben werden sollte. Der Pachtvertrag beinhaltet die Durchführung von Reparaturen und erlaubt dem Herzog, das Anwesen an seine Familie zu übertragen. Kinder König Charles ist sich vermutlich bewusst, dass Andrews Belegung eines Herrenhauses im Wert von mindestens 30 Millionen Pfund dem Image der königlichen Familie schadet, und möchte, dass er in das Frogmore Cottage mit fünf Schlafzimmern umzieht. Andrew wurde mitgeteilt, dass der König nach Oktober sein 10-köpfiges Sicherheitsteam nicht mehr bezahlen wird, obwohl es angeblich eine günstigere Alternative gibt. Sollte der Mietvertrag gekündigt werden, stünde ihm der Betrag zu, den er für die Renovierung des Anwesens ausgegeben hat, der angeblich beträchtlich ist. Im Jahr 2022 kaufte die Herzogin von Jorgen 4 Millionen Pfund teures Anwesen in Belgerevia, das angeblich leer steht. Letztes Jahr verkauften sie und Andrew ihr Chalet in Verbier für 19 Millionen Pfund. Beatrice und Eugenie sind beide glücklich verheiratet und haben Familien und Jobs. Sie treten gelegentlich bei königlichen Veranstaltungen auf.